ja hallo leute ich bin hier auf den dächern von wien skyplaza 360 glaube ich heißt das hier man kann hier kostenfrei hochgehen und das hier aufnehmen muss ehrlich gestehen ich traue mich gar nicht so richtig nah an zu gehen hier ich mache das einmal heftig ja guckt euch das an die leute stehen hier ganz nah dran ist schön windig ich laufe einmal hier rum vor euch ich gehe mal ein bisschen näher ran hier ein unglaublicher ausblick also wenn ihr in wien seid kommt hier her nimmt das mal auf und mit ja ich Leute, die Stadt ist unglaublich, also hier komme ich auf jeden Fall wieder her, man kann so viel entdecken, das ist unglaublich. Da hinten, da, das ist das UNU-Headquarter, da waren wir noch nicht. Da ist ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Es geht sehr tief runter. Hier ist es richtig heftig, ich kann hier nicht stehen, hofft euch. Ich mache das nur für euch. So heißt das. Auf den Dächern in Wien. So, Mensch. So, das war's. So, ich hope das war's. So, mit mir zu육.